Musik Eine besonders schöne Paddeltour befindet sich im Havelquellgebiet. Die Strecke führte uns durch traumhafte Natur des Müritz-Nationalparks, vom Usiriner See bis nach Kratzeburg und zurück. Start war im Ort Usiriner Mühle. Dieser liegt mit seinen etwa 50 Einwohnern am südlichen Ende des Usiriner Sees. Die Geschichte der Mühle ist wechselhaft. Sie war einst Ölmühle, Getreidemühle und Sägewerk. Auf dem Gelände befindet sich Fritzis Kanu4U. Dort kann man verschiedene Kanus und Kajaks ausleihen. Musik Hallo, Baum im Wasser, aber es geht gerade durch. Okay. Man kann mit Schwung drüber. Machen wir, danke. Machen wir, danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Cool, oder? Cool. Cool. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben Blankenförder erreicht. Hier gibt es Imbissmöglichkeiten und eine Gaststätte. Unser nächster Halt war allerdings in Babke. Untertitelung des ZDF, 2020 Beim Fischereihof in Babke muss mithilfe einer Lore das Boot ein paar Meter über Land umgesetzt werden. Zur Stärkung empfiehlt sich die Einkehr auf den Fischereihof. Die Fischbrötchen sind sehr zu empfehlen. Untertitelung des ZDF, 2020 Na hier ist doch schick! Wie eine Kette reiht sich hier ein See an den nächsten. Bindeglied ist dabei stets die Havel. Diese Tour verspricht erholsame Ruhe inmitten unberührter Natur. Vorbei an kleinen Inseln, die wie viele Uferbereiche unter besonderem Schutz stehen und nicht betreten werden dürfen. Woran man sich als echter Naturfreund auch halten sollte, damit diese auch unberührt bleibt. Die Brücke über den See, eins von Pionieren der Sowjetarmee errichtet, zerfällt. Noch in diesem Jahr sollen die Bauplanung und die Statik in Angriff genommen werden, sodass bald neu gebaut werden kann. Die Brücke wird dann aus Fertigteilen zusammengesetzt. Musik 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 Das Bewegen der Boote mit dieser Lorenbahn ist ein besonderes Erlebnis, das vollen Körpereinsatz erfordert. Man sollte abwärts nicht zu schnell werden, da ansonsten die Gefahr besteht, dass die Loren entgleisen. Wir haben dieses erlebt und zum Glück ist an Mensch und Boot nichts kaputt gegangen. Musik 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 Wichtig ist, immer nach der grünen Boje Ausschau zu halten. Diese markiert die Einfahrt in die weiterführende Havel. Musik 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 Wir erreichten den Käbeligsee bei Kratzeburg, unweite Havelquelle, die sich bei Ankershagen befindet. Musik Hier hängt ein Geocache, auch als moderne Schnitzeljagd bekannt. Musik Auf dem Campingplatz Camping 36, ehemals Campingplatz Naturfreund, hatten wir Glück und konnten unsere Zelte direkt am See aufbauen. In der Rezeption gibt es einen gut sortierten Kaufladen, in dem man viele verschiedene Lebensmittel erwerben kann. Musik Mangels Gläsern griffen wir auf diesen Notbehelf für ein Kräuterlikörchen nach der Padelei zurück. Dieses ist der Deckel vom Brennerkästchen. Musik Ausgerechnet bei dieser wundervollen Abendstimmung erhielten wir die schlimme Nachricht, dass ein guter Bekannter plötzlich und unerwartet im besten Alter verstorben ist. Dies drückte die Stimmung, zeigte uns aber auch, wie wichtig es ist, sich die Zeit für alles, was Spaß macht, wie zum Beispiel solche Touren, zu nehmen. Genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht mehr nachholen. Und später kommt früher, als du denkst. Musik Am nächsten Morgen, nach einem Bad im See und dem Frühstück, paddelten wir zurück, legten aber eine weitere Übernachtung ein. Musik Hier zweckt ein kleiner, sehr flacher Graben zum Jamil. Dort befindet sich der Campingplatz Hexenbäldchen. Es ist ein kleiner, geborgener Naturcampingplatz direkt am See, inmitten des motorbootfreien Müritz-Nationalparks, mit einer Nachtruhe ab 22 Uhr. Musik 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 An die vorgegebene Nachtruhe hat sich diese sehr agile und laute Laufente nicht gehalten, wie wir kurz vor Sonnenaufgang am nächsten Morgen feststellen mussten. Musik 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 Da wir nun sehrzeitig wach waren, ging es dann bald in die Boote und am frühen Mittag, erreichten wir unseren Ausgangspunkt in Usuriner Mühle. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020